Einen schönen Guten, meine Herren und Agrarwissenschaftler! Ja, heute sind wir ein bisschen früh dran, ich muss noch gleich arbeiten, aber das Video, wie ihr ja wisst, ist Pflicht. Ja, wir haben das Event. Es gibt heute eine Menge, Menge viel zu erzählen. Eins auf, dass sie asseln, wie ich zu sagen pflege. Wir haben das Event geschafft und zack, Diamanten, die können wir auch noch gut gebrauchen, wie ihr gleich noch sehen werdet. So, ähm, ja, was haben wir denn hier noch? Äh, genau, Event haben wir geschafft. Es gibt neue Deko. Äh, alles nur Euro teurer, für 5,99. Hier ein Halloween-Angebot, Kürbis, auch ganz witzig. Äh, was ich besonders geil finde, die zweite Deko hier für 11,99, diese Raben hier. Oder Creme, richtig, Raben, denke ich mal, sind das, ne? Aber richtig geil. Die werde ich mir kaufen, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann haben wir hier die zweite Deko für 23,99. So ein, ja, so ein Baum mit Klopapier. Katze oben drauf, okay. Äh, ja, setze ich nicht unbedingt mit Halloween gleich. Ist okay. Aber die Raben gefallen mir richtig gut, die werde ich mir auch kaufen. So, dann haben wir hier noch ein Halloween-Angebot für Diamanten. Für 59 Diamanten ist so eine, äh, Hexenkatze. Beziehungsweise für 59 Diamanten hier so ein, ja, so ein kleines Hexenhaus. Katzenhexenhaus war das, da haben wir schon alles genannt. Ist etwas ältere Deko. Habe ich auch irgendwo noch stehen. Müsste ich mal gucken. Aber, nichtsdestotrotz hier, die werde ich mir auf jeden Fall kaufen. So, damit haben wir sie gekauft. Wir stellen sie auch gleich mal hin. Ich glaube, hier beim Haus, da kommt das richtig gut. Da kommt das richtig gut. Äh, ja, machen wir hier mal. Passt das? Oder hier an der Seite. Jawohl. Ja, das sieht geil aus. Das sieht richtig geil aus. Das gefällt mir gut. Lassen wir auch für etwas länger auferfahren. Ja, so, das ist mal die Deko. Was haben wir denn hier noch? Ähm, ja. Wir gucken natürlich. Drehrad, Drehrad haben wir nochmal. Ich habe nochmal so zwei Einstellungen. Ist nichts Neues. Aber ich habe es auch erst erfahren. Jawohl, den Ernest. Ähm. Ja, montags gibt es ja immer doppelt, dreifach hier so ein bisschen. Sehr schön. Nochmal. Wow. Ach komm, da lassen wir auch mal gern dir da. Haben wir ja gerade ein paar zusammen gekriegt. Jawohl. Zwei. Halsketten. Das passt schon. So, wir gucken rein. Derby. Derby mäßig. Haben wir Platz. Zwei bekommen. Platz zwei. Jawohl. Was gibt es denn für Platz zwei? Hm. Ja. Schindeln. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. So, was nehmen wir denn hier? Hier nehmen wir auf jeden Fall die Säge. Hier nehmen wir auf jeden Fall den Käse. Puzzleteil. Dokumentenrolle. Die Klebis, ja. Auf jeden Fall Puzzleteil. Und hier nehmen wir die Schindeln. Hier wieder Schindeln. Schindeln brauche ich ohne Ende. Und hier nehmen wir die Klebis. Okay. Holen wir ab. Zack. Dann gucken wir mal natürlich, welchen Platz wir gemacht haben. Das, was keinen interessiert. Äh. Bapp, bapp, bapp. So. Und wir sind abgestiegen. 3.263 Punkte oder Plätze abgestiegen. Wir sind jetzt über 35.000. Okay. Aber das ist völlig Latte. Wir haben, etliche haben die Zehnte gemacht. Okay. Ja, Zehnte ist ja keine Pflicht bei uns. Wir hatten es auch nicht so groß abgesprochen. Wir waren am Anfang an Platz 1 gemacht. Alle durchgerubelt hier. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Ähm. Derby. Was ist? Ich weiß es jetzt selber gar nicht. Was ist der Morgen für ein Derby? Äh. Häschen Relax Derby. Ja. Das heißt, Häschen holen wir auf jeden Fall in der Gruppe. Ähm. Es gibt nichts Besseres als Häschen. Äh. Ist besser als irgendein Pokal. Weil da gibt es, habt ihr ja selber gesehen, gibt es ja nur Gerümpel. Sehr nice. Sehr nice. Häschen Relax Derby. Ja. Ich klinke mal das Relax Derby. Werden sie so ein bisschen raushauen für Verbesserungen. Es sind ja noch etliche Fehler hier im Spiel drinne. Ob sie da noch irgendwas verbessern haben. So. Heute ist Flohmarkt. Tagesguck. Mal gucken. Ich hatte schon mal welche geholt gehabt. Wollte hier irgendwas Besonderes. Und nein, sie nicht. Und sie auch nicht. Okay. Können weg. Ich finde die geil. Ich finde die richtig geil. So. Weiter geht's. Zur Maggie. Da ist auch Halloween. Sehr schön. Wären wir natürlich das ganze Haus zu Bretanier. Zack. 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 Wie sieht es denn so schon aus? Ah. Mit den Raben. Das ist richtig. Das ist richtig genial. Kaufe ich auch alles. Auch. Egal. Auf die 15 Demanten. Kaufen wir uns. Richtig genial. Ah. Ich liebe das. Ihr merkt es schon. Er merkt es schon. Ich liebe das. Oh. Das sieht. Wow. Ja. Das feiere ich richtig ab. Das ist richtig genial. So. Was haben wir denn noch Schönes bei der Maggie? Den Wagen natürlich. Zack. 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 Okay. Ja. Ja. Hinten die Plane. So ein richtiger Leichenwagen. Der wäre cool. Der wäre cool. So. Zack. Wir bauen den Wagen um. So sieht er dann aus. Okay. Okay. Ja. Ja. Wobei hinten diese Plane da. Ich weiß nicht. Ein Leichenwagen wäre besser gewesen. Aber es gibt immer was zu meckern. So. Und dann fehlt nur noch der Verkaufsstand. Zack. 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 Oh. Da gehen die Diamanten wieder hin. Aber der ist geil. Der ist geil. Wieder mit den Raben. Jawohl. Kaufen. Und kaufen. Ja. Sehr schön. Da können wir auch die Raben hier runter runterziehen. Jawohl. Oder hier hinter. Das geht natürlich auch. Wenn wir die ein bisschen drehen. Ja. So sieht das schon mal gut aus. So sieht das schon mal gut aus. Wie gesagt. Man kann sie doppelt und dreifach auch kaufen. Vielleicht kaufe ich sie mir noch einmal. Vielleicht kaufe ich sie mir noch einmal. Weiß ich noch nicht. Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Er merkt das schon. So. Wir gucken mal rüber. nach dem Gregg. Was der so schönes für uns hat. Ihr habt gesehen. Hier ist schon wieder Halloween. Alles. Oh guck mal. Selbe. Fast dieselbe Idee gehabt. Wie ich mit den Raben hier. Hier guck mal ran. Oh. Ah. Die Scheune ist wieder natürlich wieder voll. Aber hier gibt es Sahne. Die werden wir uns natürlich mitnehmen. Wenn wir da so ein bisschen Platz gemacht haben. Dann fahren lassen wir mal hier den neuen Wagen fahren. Warum auch nicht. Zack. Guck mal. Jetzt haben wir schon Platz. Die Sahne will ich auf jeden Fall haben. Ja. Da haben wir sie doch schon. Zack. Und zacko. Ah. Das passt wieder nicht. Doch passt alles. Ah. Wunderbar. Da haben wir den Gregg auch abgehauen. Sehr schön. Oh. Hier ist richtig Halloween. Bei Gregg auch abgehauen. Sehr schön. Sehr schön. So. Ähm. Bum. 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 Schnippchen. Das haben wir alles. Haben wir alles. Haben wir alles. Haben wir alles. Jawohl. Da sind wir schon für den Montag fast durchgekaspert. Jetzt habe ich aber noch mal was. Und da. Und zwar passt up. Um. Oben links auf das Drehrad. Unter den Einstellungen. Ähm. Erweiterte. Hier ganz rechts. Äh. Unter Deutsch. Unter der Sprache. Erweiterte Einstellung. Und zwar ganz unten. Sollt ihr natürlich nicht machen. Aber da steht Konto löschen. Ich denke mal. Da könnt ihr komplett. Manche melden sich ja nur ab. Und dann spielen sie nie wieder. Aber hier könnt ihr euer Konto komplett löschen. Also auf Null setzen. Das nur mal angemerkt. Ist neu. Wurde mir zugetragen. Wurde mir zugetragen. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Und dann ist hier noch mal. Im Angelbereich. Denkt dran. 13 Uhr heute. Kommt der Geist. Im Angelbereich. Ist hier so kleines. Hier oben. So kleines Küken. Und wenn ihr da drauf klickt. Kommt ihr sofort in den Fahrpass rein. Ist mir noch nicht aufgefallen. Ist mir noch nicht aufgefallen. Danke für die Tipps dafür. Wie gesagt. Ich weiß natürlich auch nicht alles. Bin immer auf eure Hilfe angewiesen. Und des Weiteren ist so ein kleines Knöpfchen. Auch am Bahnhof. Hier genau neben dem Bahnhof zum Gebäude. Ist auch so ein kleines Küken hier. Mit dem Küffern. Wenn ihr drauf klickt. Kommt sofort. Der Fahrpass. Very nice. So eine Kiste muss ich noch öffnen. Die wird doch hier da sein. Jawohl. Da ist sie. Und dann gucken wir natürlich gleich in den Fahrpass mal rein. Was wir noch so freigeschaltet kriegen. Ach ja. Habe ich ja gestern vergessen. Ist mir dann beim Schneiden. Hier. Zack. Zack. Beim Schneiden aufgefallen. So. Wie weit sind wir denn? Jawohl. Wir kommen weiter. Und zwar. Hier haben wir natürlich schon Halloween. Sehr nice. Aber. Wir haben natürlich. Ich habe schon die neue. Oh. Guck mal. Hier können wir die saisonbedingte Halloween machen. Und wir haben natürlich hier auch schon diese komische Sache hier. So. Sieht ein bisschen ulkig aus. Sieht ein bisschen ulkig aus. Wie sieht denn das bei den Schafen aus? Sieht ein bisschen ulkig aus. Wo haben wir? Warten. Da hatten wir sie. Bapapam. Bapapam. Ich habe jetzt den komischen Hut auf. Zack. Dank. Dank. Und bestätigen. Ja. Sieht auch komisch aus. Sieht komisch aus. Sieht wirklich komisch aus. Okay. Das ist soweit. Genau. Die Deko hatte ich nochmal aufgeschrieben. War ein bisschen teurer. Ist alles ein Euro. Soll der Farmpass auch teurer werden? Ein Euro. Alles wird teurer. Was sollt? Müssten wir mehr schuften gehen? Da werde ich wahrscheinlich auch gleich. Nicht wahrscheinlich. Da werde ich auch gleich hingehen. So. Das war es für den Montag gewesen. Wie gesagt. Morgen ist Häschen Relax Derby. Nein. Es ist noch nicht. Wir holen nochmal den Ernest hier. Für 30. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Diamanten. Ja. Guck mal. Da können wir. Ne. Wir lassen ihn noch nicht laufen. Wir warten dann nochmal ab. Wie gesagt. Wer noch bei uns in die Gruppe möchte. Heute noch die beste Gelegenheit. Um morgen mit dem Derby mitzuspielen. Wir sind schon groß gestiegen. Wir sind 22 Leute hier drin. Ich muss sagen. Avatare sind natürlich auch drin. Sie sind nur Mitglieder. 4? 4 Avatare. Ne. 5 Avatare drin. Der Rest alles Mitglieder. Also die Gruppe ist schon relativ groß. Also 18 Leute sind wir drin. Und spielen etliche Derby. Also wer reinkommen möchte. Hier oben nochmal. Das Kürzel ist auch unter meinem Video verlinkt. Da findet ihr auch einen Link zu meiner Farm. und zu den ganzen Social Medias. So. Was hat er denn gebracht? Ah. Sprengstoff 7 Mal. Okay. Okay. Warum auch nicht. Warum auch nicht. Wir gucken nochmal ins Tal rein. Ist denn da hier auch schon irgendwie Halloween drin? Ne. Da ist kein Halloween drin. Ich sehe aber gerade. Da ist einer kaputt. Den werden wir nochmal schnell helfen. Auf jeden Fall. ADAC Pannendienst. So. Wir drehen hier nochmal schnell. Zacker. 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 Und dann haben wir hier auch schon wieder sehr schön voll. Jawohl. So. Und wir fahren da hin. Hoffentlich funktioniert es. Manchmal funktioniert es nicht. Dann muss man wieder raus. Ja. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Dann muss man wieder raus und reingehen. So. Oh. Heute kein Anfang. Oder habe ich doch. Bom, bom, bom. Jawohl. Jawohl. Mach ich aber später zu Ende. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Viel Glück da draußen. Schönes Leben. Wie immer. Euer Onkel Jens. Ich wünsche euch einen schönen Start.